um mit zuschauer steigern nicht bemerkt wahrscheinlich nicht auf den weg gemacht direkt cool das ist nicht so blauen ich habe ein paar jetzt die gelben hier die gelben ja die um die fernsehenden die die verteidigen wie macht man die aber man braucht dieses er wird was man von diesen grüßen wie ich anbekommen machen die mehr schaden er weniger schaden aber sie machen in die die fernse und davon gegnern das heißt in kombination mit diesen kristallkugeln das ist eigentlich ganz gut denke ich ja es klingt eigentlich ziemlich gut zeit relativ weit rechts als man stückchen müssen erst noch ein dick boden dass wir nach oben ziehen können jetzt nach oben kriegen müssen wir warum oben lässt sich besser bekämpfen ich meinte wenn man kann auch eine große halle machen das ist keine gute idee im dschungel tommelt sich soviel zeug das einfach mir schaden macht ich meine wir können es auch gerne machen dann wirst du sehen was da abgeht ne ich vertraue euch da schon sag ich nur wenn du in einem kleinen raum bist werde ich beim terrasio nicht so recht geschehen schildkröte ich glaube ich bin im dschungel und er ist sowieso ziemlich oben wenn wir in einem kleinen raum kämpfen weil er die schildkröten dann lauter stachelgruppen schaden in der neuen schildkröten und dann diesen besten und allen möglichen zum großen baum hätten dann werde das alles auf uns gehen klingt alles sehr sinnvoll wo ich am tüttel schiehl das ist das ist doch das was wir tun das ist selten ist mehr da haben muss aber Material es ist nicht wie die Rüstung doch es ist für die Rüstung aber in einem Teil genau hier ging es runter wie die Pflanzen aussehen müsste die auch noch wissen oder? Woop hier oben so ein oder? na ne was? wo rosa so eine große Blüte angeschlossen ja die war auch rosa aber war nicht geschlossen und ungefähr so groß wie ein Charakter ob ich schnell nicht schon wieder Leben verloren hab ja Alter wie groß ist die Biene ey Truhe ja leere Truhe leere Truhe leere Truhe ne Lebenspflanze 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 Kevin ja ich komme zieh mich für dich ja für dich du hast doch weniger als wir stimmt ja ich hab was gesehen was denn? ganz viel Petzeug achso Petzeug durch deine Sterne hab ich hier gesehen hast du keine Reaktion bekommen ne? nö Kevin craftelt sich seine Pets aus Keys klar die ganze Zeit rumrennen und keine Pflanze sehen das ist ja wenn man sie sucht findet man sie wahrscheinlich nicht ne? wenn man am Rahmen ist oder sonst was anderes dann kloppt man sie versehentlich kaputt weil sie überall ist ähm ja gut die die Treppe man nur wirklich kaputt wenn man sie direkt abbaut ja kann auch passieren versehentlich ja das stimmt ja hier ist ein ex Terminator kannst du direkt dein Matsch verarbeiten Kevin hier in der Kiste ist echt so hier ist in so einer Kiste so ein Ding drin jetzt steht er neben der Kiste na komm schon na wieso geht's denn hallo komisch äh aua 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 alter die scheiß Ranken machen so Damage ne? wie viele? ich komm gar nicht mit euch ey bei ja verdächtiges Aure Juhu Bönt freshman ein habe ich auch haha bra cultura Schöne, sind die anstrengend. Wo ist denn so eine scheiß Pflanze? Keine Ahnung. Aber dass sie da waren, ist auf jeden Fall klar. Wir haben ja schon welche gesehen. Hä, wo seid ihr hin? Guck, Party. Guck, Party. Guck mal, Party. Ich hab auch ein Turtleshell. Ich hab auch ein Turtleshell. Das heißt theoretisch... Man braucht auch fünf jeden oder sechs. Oder wie war das? Nee, ich glaub eine Turtleshell und glorified dafür. Magischer. Ah, Mimik. Spiegel. Guck mal. Aua, ich glaub sterbe. Leiffruit, yeah. Darf ich essen? Ja, wir haben alle gehört. Juhu. Guck mal. Super schön, das Item. Und das nicht. Einfach keine blöde Pflanze da ist, das ist ja abartig. Okay. Oh, ne Motte, ne Motte. Ne, doch nicht. Schnetzel. Doch ne Motte. Ja. Wie die beiden nix ausleuchten. Ja, ich hab's noch. Oh, dear. Wurziges ist einfach Beste, ey. Oh, ja. Und by the way, Captain hat heute Geburtstag. Bitte? Das weiß, wie es geht auch. Kevin hat heute Geburtstag, aber die Zuschauer nicht. Das wohl war ja. Ja, ich hab ihn schon. Ich hab ihn wieder überzeugt. Oh, Mimik. Na Geburtstag. Oh. Ja, das... Das gibt dir trotzdem keinen Vorteil, Kevin, ne? Ja, schade, ich dachte. Hahaha. Erstmal sterben, Kevin, du hast dir gesagt, Sack Terraria zu dir. Erstmal keine Pflanze platzieren, Sack Terraria zu uns. Oh, Jut, ist der Dungeon. Ich bin schon in dem blöden Schungel. Boah, was soll das hier? Sag mal, was soll das hier? heute ja müssen wollen uns reingehen das ist ein Boomstick eine Shotgun das macht nun vergesst es die die ist für uns mittlerweile alle keine einzige Blumen oder bin ich blind selbst denke ich mir auch gerade ich glaube es hat mal auch gehen und zu dem anderen großen um ja genau kommt man zurück muss hier allein laufen er nicht so weit zurück ich meine auch nach oben zurück im Schungel hat man Geld weggetan nach dem er kann man und 16 Goldmünzen ich hatte auch ist wieder hoch Petri um ein bisschen ich will in den anderen Hauptarm sage ich mal okay also nach östlich gelegen also erst mal hoch erst mal hoch noch aber ja der Prozent neben der Westen nicht die 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 sie sind aber auch ein bisschen abwürdig wird und wird auf der Karte gekauft das Klo für das sind die Abbauern können oder er in der Klasse die Trätsform nicht war ich glaube ich war bei mir ist nicht mehr sicher Stereo der Rehauf was er kann was ich mir gar nicht mehr vorstellen wie es ohne Flügel ist ich auch nicht und ich es ist nur noch von voranfangen ist es wird sich sofort sterben Kassel starten das lieben zwei jetzt jetzt habe ich die Tränen wieder aus den Augen verloren ich das ist ich habe bis sieben zwar anfangen fängt er so muss das Spiel ziemlich verändert sein aber dann warte ich hier noch auf dich um das ist keins ne ne das ist nur baut einfach ab ne 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 im Gebiet schon wird es aber noch tun aber wir haben keine einzige alle sonst hat immer so viele ja fünf gesehen letztes Mal wo waren diese eine Stelle wo wo die ganzen Bienen waren also hoch wohl auch den Bus gesehen haben oder gekillt haben und es gibt zwei Stück bei Ihnen immer er wir haben zwei gefunden ja zwei Stück ich glaube da in der Nähe waren auch äh sich also Planterra da ist eine dauerhaft aber dann war man hier nun das war ich habe dort auch ein Rösser Leipzig ich bin mir nicht sicher es ist rosa und leuchtet ne oder das hat so eine Sache die Blume ne gut dann ist es nicht kein Planterra er muss denn unsere jetzt ja ach so da die Sauberlein führt Gott sei Dank mitgenommen alle kreucht und fleucht hier viel rum weißt du jetzt warum wir an die Oberfläche sollten ja ich verstehe es sehr minimal nervig eh Lost Connection ja ich bin da ich kann sie da rausgeflogen ist ja schon das war gut bei mir bist du auch noch nicht rausgeflogen ich bin draußen eh scheiße mit dem scheiß Weg laufen ernsthaft ja aber ich wurde eh zu Petri das heißt ich mache einen direkten Weg schade dass man nicht irgendwie einen erweiterten Spiegel machen kann wo man sich dann zu Gugmitgliedern Porten kann dafür gibt es dann irgendwann Teleporter aber da muss einfach Kabel werden Kabel werden dann einzelne Portstellen setzt oder was man setzt zwei Teleporter und macht ein Kabel dazwischen und wenn man den Schalter aktiviert und auf einen draufsteht wird man zum anderen geportet ja ok aber noch geiler wäre es natürlich so eine Art magischen Spiegel wo man halt dann zu seinen Gruppmitgliedern geportet wird ja das stimmt wäre richtig cool ohja vergesst die Party nicht ne ja das würde ich auch noch sagen oh Party ey ja das wäre das Leben ohne Party Leben ist ein Ponyhofer oh Gott aber ich seh noch 3.000 Fuß entfernt scheiße wo den wo den wo den den der Mischi drücken wer die Bienen ja da schon mal ist wo es eigentlich die schlimmste Stelle die wir um und sie haben können beim Aufstieg da wo Kettengarten unterkommen ja allerdings ist äh Kevin ist grad sowieso an der Stelle die die